Herzlich Willkommen am grünen Donnerstag, ich freue mich, dass du dabei bist. Und ja, wenn du bei der Osterweihe noch dabei sein magst, kannst du dich natürlich noch bis Karfreitag 14 Uhr registrieren. Vier Tage Megapower-Energiearbeit, beginnen mit Lösungen von karmischen Prozessen, von Schuld, vor allen Dingen auch am Freitag. Samstag der Frieden, Sonntag die Auferstehung, das ultimative Bewusstsein, das Rise Up und Montag die Wunscherfüllung. Und die Vitalität. Ja, und jetzt schauen wir an die Karten. Wir beginnen auch gleich mit dem Element Erde und der Schlüssel, was uns sagt, okay, heute ist ein stabiler Tag, du fühlst dich sicher und geborgen, es geht voran in allen Bereichen. Für das Element Feuer haben wir die Störche dabei, die sagen, es kommt zu Veränderungen, es wird dich beflügeln. Und ja, jetzt kannst du die Weichen für die Zukunft auch neu stellen heute. Für das Element Luft haben wir das Schiff, bisschen vielleicht sehr sehnsüchtig heute, aber du kannst was sehr Gutes aushandeln, eine sehr gute Chance zum Verhandeln heute für die Luftzeichen. Und für die Wassermenschen, wow, die Sonne, absoluter Erfolg, der Mond hat gut getan, auch wenn wir vielleicht gestern ein bisschen launisch waren, jetzt geht's voran. Jetzt kannst du alles zum Positiven wenden. Alles Gute, dein Malkiel Herr Positiven Alsze Suppe Alsze